Mein Name ist Axel Frerichs, bin stellvertretender Geschäftsführer für den technischen und betrieblichen Teil und bin verantwortlich für alle Anlagen des OWVs. Wir treiben den Umweltgedanken für die Bürgerinnen und Bürger voran, damit wir sicherstellen, dass die Aufgabe als kompetenter Partner und verantwortungsvoller Umgang mit dem Abwasser hier in unserer Region sichergestellt ist und wir das auf einem Preisniveau machen, was auch für den Bürger, für die Bürgerinnen bezahlbar bleibt. Wir beschäftigen uns heute mit weiteren Schritten, wie möglicherweise die 40-Reinigungsstufe, aber auch Entwicklungen, wo wir Instrumente schaffen wie Generalentfässerungspläne und Anpassungsfähigkeit ist von uns gefragt. Die Verantwortung, uns anpassen zu können, das ist von großer Bedeutung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017